Die Zukunft einer Gesellschaft wird maßgeblich dadurch geprägt, wie sie in der Gegenwart mit ihrem Nachwuchs umgeht. Auf der einen Seite muss man seinen Nachwuchs, seine Kinder vor den äußeren Gefahren schützen, auf der anderen Seite natürlich nicht überschützen, weil sie sonst völlig überfordert sein werden, wenn sie dann mit der realen Welt konfrontiert werden. Das sieht man jetzt aktuell, vor allem in meiner Generation, komplette Überforderung. Jedes kleinste Wort, jede kleinste Kritik bringt gleich einen Unfall der eigenen Persönlichkeit und sowas möchte man natürlich auch nicht. Aber gerade wenn es um den Schutz der Kinder geht, wissen wir ja mittlerweile, wie es in unserer westlichen Gesellschaft so aussieht. Dieses Wort ist ein Fremdwort. Richtigen Kinderschutz gibt es nicht mehr wirklich, falls es denn jemals so richtig gegeben hat. Und gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, wissen wir ja alle, wie es aktuell aussieht. Es wird immer brutaler und es fängt immer früher an, dass man versucht, unschuldige Kinder zu instrumentalisieren und auch schon ideologisch Gehirn zu waschen. Das bekommt man gerade vor allem in den USA mit, wird aber auch bei uns immer gängiger. Und jetzt ist etwas passiert, da stellt es mir wirklich die Haare auf und da wird einem auch wirklich schlecht, wenn man das sieht. In einer TV-Show wurden nämlich Kinder zwischen 10 und 12 Jahren mit etwas konfrontiert, mit dem sie in diesem Alter auf jeden Fall noch nicht konfrontiert werden sollten. In der niederländischen TV-Show Simply Naked geht es im Prinzip darum, dass sich erwachsene Menschen vor Kindern ausziehen und die Kinder ihnen dann Fragen stellen können zu ihrem Körper und zu ihren Gefühlen und so weiter und so fort. Und das nimmt natürlich, so wie man es erwarten würde im Jahr 2023, immer absurdere Ausmaße an und Formen an. Und so war zuletzt bei einer Sendung eine Delegation, wenn man so möchte, an Transgender-Menschen zu Gast, die sich nackt entblößt haben vor 10- bis 12-jährigen Kindern, wie man hier sehen kann. Also die waren teilweise komplett nackt und die Kinder konnten dann diesen Menschen Fragen stellen. Und im Zuge dieser Vorstellung des eigenen Körpers, des eigenen Lebenswegs und der eigenen Emotionen und Gefühle ging es natürlich auch durchaus ins Detail. Da sind auch so Sätze gefallen wie, ich habe schon noch etwas in meiner Unterhose, ich habe zum Beispiel noch eine Vulva und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch also ausmalen, ich will gar nicht noch näher ins Detail gehen. Auf jeden Fall wurde hier ziemlich detailliert diesen 10- bis 12-jährigen Kindern beschrieben, wie das Ganze so aussieht. Und da stellt man sich natürlich dann die Frage, ist das wirklich ein Thema, mit dem sich schon 10- bis 12-Jährige auseinandersetzen sollten? Die Antwort ist natürlich ganz klar, nein. Auch wenn viele Linke sagen würden, ja, denn das zeigt ja den Kindern die Vielfalt des Menschen. Obwohl gerade in diesem Alter ja so die ersten sexuellen Gefühle wirklich aktiv zu verspüren sind. Jeder von euch kann sich ja vermutlich nicht mehr aktiv daran erinnern, aber man weiß das ungefähr so ab 10, 11, 12, da fängt es dann so langsam an, dass man anfängt sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen und das ist ja eigentlich schon Aufgabe genug. Da ist man normalerweise in diesem Alter schon überfordert genug und sollte sich nicht mit so etwas auseinandersetzen, mit solchen ganz klar nun sehr seltenen Fällen von Menschen, die sich zu gewissen Veränderungen an ihrem Körper entschieden haben. Es wird nämlich auch zum Beispiel darüber gesprochen, dass sie sich umoperieren haben lassen teilweise. Diese Gäste, die sich dort präsentiert haben, die dort ihre Körper präsentiert haben. Und so ist es natürlich, glaube ich, eine ganz, ganz klare Sache, dass das definitiv so weit geht. Und das sind die Niederlande, ja, also das sind nicht mehr die USA. Das ist bereits hier angekommen und so wie wir natürlich auch in Deutschland und in Österreich das öffentlich-rechtliche Fernsehen kommen, wird auch das hier immer mehr propagandiert. Man möchte den Kindern das ganz, ganz früh einpflanzen und stiftet damit natürlich in einem sich entwickelnden Gehirn und Körper sehr, sehr viel Verwirrung. Wie gesagt, die sind mit sich selbst beschäftigt, das ist Aufgabe genug für so junge Kinder. Wenn sie erwachsen sind, können sie sich immer noch dazu entscheiden, sich damit zu befassen oder eben auch nicht. Aber dermaßen direkte Konfrontation auch mit nackten Körpern, was auch sehr, sehr ungewöhnlich ist für dieses Alter, erwachsene, nackte Körper in so einer direkten Konfrontation zu sehen, dass nicht vielleicht gerade die eigenen Eltern sind. Das ist natürlich absolut nicht normal und sollte auch nicht zur Normalität werden. Wir alle wissen es, Kinder sind gerade in ihrer Entwicklungsphase am verwundbarsten. Deswegen macht man es natürlich auch in diesem Alter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach nur noch abartig und geht definitiv zu weit. Man kann auch generell noch darüber diskutieren, ob so eine Show überhaupt angebracht ist. Also auch nennen wir es einmal normale Menschen oder sagen wir mal nicht Transgender nackt vor 10- bis 12-Jährige zu stellen. Auch das ist schon fragwürdig. Aber dann in diese Richtung zu gehen und dann auch so in Details zu gehen und das Ganze ideologisch so breit zu treten, das kann und ist auf jeden Fall nicht gesund. Und um das abschließend noch einmal klarzustellen, weil das ja natürlich immer gesagt werden muss in den Videos, weil man sehr gerne absichtlich falsch interpretiert wird. Ich habe nichts gegen Transgender. Warum sollte ich etwas gegen diese Leute haben? Jeder kann mit seinem Leben und mit seinem Körper machen, was er möchte, solange er anderen Leuten nicht versucht, seine Sichtweise aufzudrängen und solange man vor allem Kinder einfach in Ruhe lässt. Denn wie gesagt, ich bin auch kein großer Fan davon, wenn man, sagen wir mal, ganz normale Leute da hinstellt, im Sinne von, die noch keine Operation hatten oder die jetzt keine außergewöhnliche Geschlechtsumwandlung hinter sich haben oder sonst irgendetwas, auch da bin ich kein Fan davon, dass man sie nackt vor 10- bis 12-Jährige stellt, direkt damit konfrontiert. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich sehe da einfach durchaus eine problematische Entwicklung. Das wird sich dann in den nächsten Jahrzehnten natürlich erst zeigen, die Auswirkungen. Da kann es und wird es durchaus auch Traumatisierungen geben. Das ist einfach noch zu früh, da ist man mit sich selbst beschäftigt. Das ist Aufgabe genug. Das ist nichts gegen diese Leute, die können machen, was sie wollen. Aber man sollte es nicht anderen Leuten aufdrängen und man soll vor allem Kinder in Ruhe lassen. Ich glaube, das ist eine durchaus akzeptable Sichtweise und ein Standpunkt, den man absolut vertreten kann, auch als Humanist. Aber jetzt würde mich noch von euch interessieren, was sagt ihr zu dieser TV-Show? Was sagt ihr im Allgemeinen zur Konfrontation von Kindern mit Sexualität? Wie aktiv sollte man das betreiben? Aufklärung ist natürlich durchaus etwas, was nicht unwichtig ist, aber so eine direkte Konfrontation, vor allem in so frühem Alter. Bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Gute. Abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube. Schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.